Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und aus dem Börsenrate-Studio moderiert heute mal wieder Peter Heinrich. Hallo Herr Thieme, von ganz vielen Interviewpartnern, Clubmitgliedern, natürlich auch Börsenrate-Hörern, alles Gute nochmal zu Ihrem Geburtstag, den Sie am vergangenen Samstag feiern durften. Ihnen viel Energie weiterhin. Ja, und vielen Dank natürlich auch für die gute Zusammenarbeit mit Börsenradio. Die vielen Geburtstagswünsche der Clubmitglieder, die sende ich auch natürlich Ihnen nochmal alles per Mail zu. 80 Jahre Heiko Thieme. Ja, und zur heutigen Club-Ausgabe haben wir auch einen Überraschungskast eingeladen. Hallo Herr Berniker, grüße Sie. Sie können jetzt auch gerne Ihre Kamera anmachen, wenn Sie möchten. Hallo, ich begrüße Sie. Mein lieber Hans, ich freue mich, dich in aller Jugend zu sehen. Du bist für mich das große Vorbild und immer wieder ein Wegweiser. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier zu dritt heute eine delikate Situation in der Weltlage und für die Wirtschaft, Politik und Börse besprechen können. Also zunächst mal grüße ich dich und wünsche dir zu deinem 80. alles Gute. Das ist mein wichtigster Gruß überhaupt. Da freue ich mich sehr, wenn ich... Wenn ich in deiner Addiktion bleibe, müsste ich jetzt sagen, du bleibst natürlich gesund und ich hoffe, du bist auch gut drauf. Jedenfalls sehe ich das so. Aber ich muss natürlich eine Prognose dazu gleich mal geben. Also ich sage dir voraus, du wirst 99 Jahre alt. Das finde ich sehr positiv. Ich würde sagen, 90 sind schon eine gute Herausforderung. Die meisten würden ja sagen, das neunte Jahrzehnt, in dem wir uns beide befinden, ist normalerweise für viele das letzte. Aber wir beide, glaube ich, fühlen uns wohl. Und zwar werden wir jeden Tag herausgefordert durch die Wirtschaft, Politik und Börse. Und deine täglichen Kommentare sind immer wieder bereichert. Aber jetzt eine Punkt, den ich erwähnen wollte. Früher waren für mich Leute, so wie du und ich in unserem Alter, das waren ganz alte Leute. Heute sehe ich das ganz anders. Das ist meine Schlussfolgerung. Wenn man 80 wird, dann hat man sich... Da fühlt man sich ja gar nicht mehr... Stell dir mal vor, Hans, gehen wir mal 40 oder 50 Jahre zurück. Wenn du da einen alten Mann gesehen hast, dann gab es den guten Kostellani, der war ja noch nicht so alt. Ich war da in den 70ern schon, der war auch schon alt, aber 80 und dann 90. Das waren für uns alte Leute. Wenn man selbst da steht, sagt man, Kinder, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Den Kostellani, den habe ich zum seinen 90. Geburtstag gesagt, hör mal, André, ich mache 91. So, jetzt bin ich dabei, das Ziel zu erreichen. Das sind noch sechs Jahre. Vielleicht schaffe ich das, hoffe ich jedenfalls. Dann habe ich wenigstens diesen Rekord dann schon mal gebrochen. Aber wir sind die beiden einzigen, regelmäßig auftretenden Börsenkommentatoren in Deutschland, die den Mut haben, eine Prognose zu stellen. Da sind wir wirklich die einzigen und die diensten Ältesten. Und das verdient natürlich schon einen besonderen Stellenwert. Denk mal daran, wie wir uns kennengelernt haben. Natürlich. 1982 lernten wir uns kennen, just in einem Moment, als Ronald Reagan im August 1982 seine Steuerreform durchbekam. Das hatte ja länger gedauert. Und damit begann ab August 1982 bei einem Stand des Dow von damals 775 die längste Horse über 18 Jahre bis 2000, die es überhaupt gegeben hat. Vollkommen richtig. Und damals war es, war der 12. August, war das Kick-off-Point. Und ein Bekannter von mir, oder Freund war es, Knut Jürgensen, ein Norweger, der technische Analyse betrieb, und gesagt hat, das ist die beste Short-Position, die man machen kann. Und der arme Kerl. Heiko, hier ist Robert Halber. Wir haben es oft genug gefetzt. Ja, definitiv. Weil du immer eine sehr starke Meinung hast, die ich auch habe. Und man musste immer tief Luft holen, mal hier überhaupt zu Wort kommen zu können. Aber, was ganz wichtig war, du hast immer die Fahnen der Aktien hochgehalten. Das hat mir immer sehr gut getan. Aus dem Grund, bist du ein Held meiner Studienzeit und du wirst immer mein Held bleiben. Alles Gute und herzliche Glückwunsch zu deinem 80. Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit. Wie siehst du VW? Katastrophe ohne Ende oder eine Chance jetzt bei 105? Sage ich kein Wort dazu. Ich habe mich aus dieser Konstellation, Porsche, VW, völlig zurückgezogen, weil ich die Beurteilung der Querverbindung politischer Art innerhalb dieses Clans, wenn ich mich so ausdrücken darf, sehr misstrauisch ansehe. Was dahin an politischen Aktivitäten, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, laufen oder stattfinden, machen mich sehr misstrauisch gegenüber der Endlösung, die es dort gibt. Die VW-Lösung ist möglich, ein technisch nach dem Lopez-Prinzip, das hat der Herr Bies schon mal gemacht, dass er die Effizienzsteigerung oder Verbesserung damals mit dem amerikanischen Spezialisten von General Motors, den Mr. Lopez hingekriegt hat. Jetzt versucht er, Herr Blume, mit einer anderen Konstellation, aber das ist das eine. Mir, ich misstraue diesen Clangedanken und die Manipulationen, die von der Seite, von dem Porsche-Clan, darf ich es mal so sagen, oder Porsche-Bies-Clan ausgehend, inklusive der Rolle, die der Betriebsrat spielt. Der Betriebsrat hat ja beispielsweise eine ganz andere Rolle, als er gesetzlich vorgeschrieben ist oder auch möglich ist. Das haben wir ja schon zweimal erlebt. Die jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden sind ja eher unter merkwürdigen Umständen gegangen worden. Einmal mit Skandal und einmal mit einer großen Geldspritze. und jetzt ist eine Dame dran. Mal sehen, wie lange die sich hält oder unter welchen Umständen. Bei VW gibt es ein anderes Gesetz für den Aufsichtsrat. Es gibt ein anderes Gesetz für die Lohnfindung, Tarifvertrag. Es gibt eine andere Vereinbarung, dauerhaft seit 1949, wie das Verhältnis grundsätzlich, Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat. Alles das ist eine Atmosphäre, die wir nicht kennen. Niemand kennt die. Ich bin nur lange Zeit darüber informiert geworden, weil ein persönlicher Freund von mir Mitglied des Aufsichtsrates. Deshalb bin ich mal zurückhaltend hinsichtlich der Beurteilung. Es ist eine andere Welt. Wo würdest du, welche Autowerte wirst du heute als interessant ansehen? Die einzig möglichen sind deutsche Luxusmarken, das heißt also Mercedes, Benz und BMW. Kommen wir jetzt zu den Empfehlungen in dieser Woche. Wie viel hast du denn mitgebracht? Also ich könnte mehr als ein Dutzend erwähnen, aber das würde sich dann auch nicht lohnen, wie wir schon besprochen hatten mit Heinz Bernecker. Man soll ja eine gewisse Liquidität haben und ohne Liquidität geht es nicht und ich empfehle ja eine Liquidität von 20%. Insofern ist es schon ein Widerspruch, wenn ich in meiner täglichen Marktpognose Empfehlungen ausdrücke und sage, bitte denkt aber dran, 20% Liquidität zu halten, denn ich kann ja nur dann kaufen, wenn ich Geld habe. Das ist immer ganz wichtig. Und jeder Anleger von uns und jedes Clubmitglied hat ja, und jeder Hörer der Marktpognose, hat ja eine unterschiedliche Struktur. Der eine hat gerade Liquidität, der andere ist voll investiert, der andere sucht Möglichkeiten, der andere sucht Gewinnmitnahmen. Also insofern kann ich immer nur in einem hohlen Raum es diskutieren, sagen, was würde ich tun, was steht auf meiner Liste. Jetzt ist Folgendes zu sehen. Einmal hier vom Index her gesehen, beim DAX, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich mir den Markt anschaue, dass wir nochmal die 15.500 Marke bis Ende September ins Blickfeld bekommen. Das haben wir jetzt schon einmal gesehen, fast als wir unter 15.600 waren. Und jetzt ist die Frage, was kann man da konkret tun? Das ist einfach für mich, dann auf der Long-Seite zu sein. Wir sind heute bei 15.718, während wir jetzt miteinander sprechen. Wenn man sich anguckt, wo wir heute waren, das muss man auch wiederum sehen, welche Schwankungen hat der Markt heute gesehen. Wir waren jetzt hier schon gewesen, heute Morgen, ich war bei 15.661. Wenn wir auf die 15.600 Marke kommen oder da drunter fallen, dann gibt es eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Und das ist im DAX-Index eine geleveragete, ein relativ scharfer Hebel, wenn man so will, der wertlos werden würde, wenn wir knapp über der 15.000 Marke sein würden. Das wäre ein Hebel, wo man sagen kann, ich kriege das fast 25-fache bezahlt, wenn ich mich in diesen Hebel einkaufe. Und das ist der DAX-Hebel, ich genieße jeden Tag nach dem Motto der Römer Carpe Diem. Ich möchte gerne auch für meine Enkel und meine Familie natürlich noch lange dabei sein. Aber wenn es immer der Fall ist, dass man abtritt, auch das muss man mal sehen. Nun, mit dem neunten Jahrzehnt wird man philosophisch, aber wie ich schon sagte, früher waren das alte Leute für mich. Heute sehe ich das etwas anders. Mehr dazu gibt es im Heiko Thieme Club heiko-thieme.club Heiko Thieme spricht Klartext Der Heiko Thieme Club